Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen weiteren Runde angespielt, The Finals. Ich zeige euch jetzt vielleicht ein bisschen Gameplay von zwei Runden. Die erste Runde war so, naja, ganz okay, aber die zweite Runde fand ich eigentlich ziemlich cool. Und dann hat leider das Spiel wieder ein bisschen rumgesponnen. Ein Mate ist komplett rausgeflogen. Ich hatte die ganze Zeit auch Disconnect und dann war die finale Runde... Ja, gab es dann leider nicht mehr. Aber ja, immerhin zwei coole Runden dabei. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß und würde mich freuen, wenn ihr mal ein Like oder ein Kommentar da lasst. Gerne auch ein Abo und jetzt viel Spaß. Zeig mir meine Mates. Ersatz und Left Behind, sehr gut. Die Minenkombi ist geil, wenn du dir alle vier Minen auf einen Ort platzierst, das macht so viel Damage, glaube ich, dass du instant tot bist. Habe ich, glaube ich, vorhin ein, zwei Kills mitgemacht. Wir starten in Las Vegas. In this Rags-to-Riches-to-Rags-City. It never hurts to have insurance, like coverage from our sponsor, Halto. Oh, das war's. Oh, das war's. Oh, das war's. Das war's. Und dann, die Kingfisch. Und sie sind weg. Oh, das war's. Das war's. Oh, das war's. Ein Majestik von der Kingfisch, als sie starten zu öffnen Vault 1. Es geht, Scotty. Wir haben unsere erste Elimination. Die Zeit ist vorbei, Leute. Dinge sind schwer für die Boundless, aber ihre Remainer Mitglieder können sich umgekehrt werden. Die Livewires sind alle ihre Hoffnungen auf der letzten Reiming-Kontestin. Das war's. Bist du? 1 Kill gemacht mit den Minen. Zack, zack. Wieso kommt man auch zu Kills? Ich werfe nur noch, nicht nur noch Minen. Einfach nur noch Minen nehmen. Die Fisch haben respawned. Mal sehen, wie sie zurückkehren. Die Boundlessen sind initiiert ein Catch-Out. Ein witziger Moment für die Live-Wires. Team Wiped. Sie sind sicher zappiert. Das Mite wird burned. Die Big Splash haben sie den Helm. Das ist so dumm. Ich glaube den Turm können wir gar nicht zerstören, oder? Können wir den irgendwo einstellen? Keine Ahnung, das habe ich noch nie gesehen in diesem Turm. Das ist so dumm. Die Kingfische sind wieder spawning. Sie müssen wieder aufbauen werden. Sie müssen wieder aufbauen. Absolut. Halt auf. Was? Die sind bei einer Jawa nicht gesehen. Was ist denn hier eigentlich schon wieder? Das ist. Was ist denn hier eigentlich schon wieder los? Der erste Kastbauer wird in der großen Splasch! Wir sehen, ob sie das Momentum können. Bingo! Kastbauer ist getrunnete durch die Live-Wires! Jungen, 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 ne? Warum sind meine Mien nicht explodiert? Oh, wegen diesem Elektro-Gelumpe? Mit dem Störsender? Fuck you. Ja, ich hab hier extra so ne schöne Tier platziert. Und dann sowas. Ich sag's euch gleich. Die Runde gewinnen wir nicht. Die Boundless Breakthrough. Opening Vault 4. Die Boundless Breakthrough. Kommt ja dann jetzt her. Das ist ein schwerer Platz für die Kingfisch. Ein weiterer Contestant ist versucht, sie zu halten im Spiel. Die Kingfisch müssen zurückkehren. Ich sage es euch, dass ihr schon mit abgeht. Ja, es ist ja schön, wenn wir immer zusammenarbeiten, wenn wir ein bisschen Cash bekommen würden. Wir haben ein Event in der Arena. Und unsere Contestanten werden wahrscheinlich brauchen, dass sie sich nicht hierherkommen sind. Explosive mine armed! Arming a mine! Die competition wird jetzt wiederholfen, mit extra Cash Rewards für unsere Contestanten zu eliminieren. Das ist ein Wettbewerb. Ich rast da was. Haben wir Cashblocks? What the fuck? Oh, wir spawnen aber ganz dringend. Das könnte unser Sieg werden. Los, los, los. Ich reine. Wow, 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 wow. Arming a mine! Arming a mine! Planting a mine! Okay, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Wow, 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 wow. Beruh dich. Gar nichts gemacht. Wir haben das. Komm, 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 komm. Schaffen wir das in der Zeit noch? Ich glaube, das ist der Cashout-Key gar nicht vorbei, oder? Oh, nice, wir sind weiter. Mal gucken, was die nächste Runde so breit hält. Ich bleib' bei meinen Minen, bei meinen RPGs. Ich brauch' die harten Waffen. Ich brauch' richtig Explosionen und massiven Damage. Und jetzt, die Jetsetters, die Big Splash, die Ultra-Rares. Und endlich, die Kingfish. Uhu, uhu. So, Las Vegas! Die Flüge sind bereit und die Welt ist klar. Es ist eine schöne Nacht, um zu verletzten unsere Art-Arte zu verletzten. Für einmal unsere Arena hat nicht mehr als Sturz. Wir haben den Spielfeld für diesen Rund. Die Kingfisch sind brechen Halt 2. Die Kingfisch sind brechen Halt 2. Die Hand-Satoren sind in der Luft. 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 Die ganze Hand-Satoren sind in der Luft gewartet. Ich bin in der Luft. 些α cierter Die Jet Setters sind alle aufgerüstet. Sie haben angefangen unsere erste Cash-Out. Die Big Splash haben gespawt. All but one Contestant eliminiert auf den Ultra-Rares. Sie müssen in den Händen bleiben. Die Kingfish haben commenced die Cash-Out. Die Szenative Mide! Gwing, sie sind nicht! Das war's. 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 Hier! Die Jet Setters haben re-spawned. Mal sehen, wie sie zurückkehren. Auf die Mine! Auf die Mine! Aaaaaah! Farming a mine! Hold the firework! Oh, die Macaroni, Alter. Yes, nice, die Handlas, die Handlas, die Handlas. Nice, die Handlas, die Handlas, die Handlas. Oh, I love the smell of a fresh vault in the arena. Pyro mine time. Blasting a mine. The Ultra Rares have respawned. Let's see how they bounce back. Explosive mindset. Only a minute on the clock. Oh, Gott, Alter, was ist hier los? Wo kommen die alle her? Oh, ich sag's euch. Okay, unser Team ist down. Oh, das ist der erste, nice. Who will get to the new vault first? Who wants it more? Our contestants have 30 seconds to show the world. Only one contestant left for the Ultra Rares. They need to avoid a Team Wipe. Going for Vault 5. Absolutely. Reach for Vault 6. Capture Vault 5. Agreed. 10 seconds. Yeah, 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 yeah. Die Runde lief richtig gut. Die Runde lief richtig gut. 13 kids. So, fällt mir. Ich wurde richtig gut assistet von meinem Team. Wir haben das richtig gut gemacht. Ich hab gar nicht drauf gehabt, wie viele Kids die hatten. Aber ich glaub, die hatten auch ganz gut wegrasiert. So, Finale. Das holen wir uns jetzt aber auch noch. Finale. Oh, Finale. Oder so ähnlich geht das. I don't know. Nein, er ist rausgeflogen. Hoffentlich kommt er gleich wieder. Bestimmt Game gecrashed. Sonst haben wir ein kleines Problem. Zu zweit wird es schwierig. Okay, folks. It's the big show. It's what we've all been waiting for. It's the final round. Nicht der Fall in the Countdown. Ah, da ist er doch wieder. Perfekt. Ne, das war doch nicht. Schade. The arena has loaded. Buckle up. Hold on tight. The final round is about to begin and it's going to be a bit different. The first team to earn 20,000 will win. How's that for a thrill, Scotty? Ha. I expect this round to transcend realities just like our sponsor is Zolt. Enemies! Enemies! In there! Enemies! 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 Wir sind nicht hier, dass wir gut spielen können. Wie gezeigt wurde von der ersten Elimination. Es ist go-time! A Zeit wie ein Mishap für die Kingfisch. Wir können nicht gut enden, gut. Ah ja, toll, wenn wir natürlich zu zweit bleiben, wird es ein bisschen schwierig. Ich sag's so, wie es ist. Warum ist der denn jetzt weg? Warum reconnectet er nicht? No, es war so eine schöne Wunde eben. Oh, oh. Nein, jetzt stürzt ich ja noch mein Spiel ab, ne? Ich leck mich doch am Sack. Alter Falter. Ich dreh durch. Ich dreh durch, mein Spiel stürzt direkt auch noch ab. Na klar. Ich dreh durch, mein Spiel stürzt. Ich dreh durch. Vielen Dank.